Hallo, was machen Sie hier? Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ciao. Hallo. Ich sage Ihnen allen einen guten Tag. Da kommen Sie. Ciao. Hallo. Es ist wie eine Schülereis. Das ist wahnsinnig toll. Wie geht's dir? Hallo, Peter. Ciao. Es ist dann schön. Ja, ja, sind wir Zwerg und wie. Ja. Ja, gell? Super. Das ist eine Disputierung. Ich glaube, das ist ein Schülereis. Ja, gell? Das ist herzig. Ja, ja. Das sind wir auch. Die gehen schneller oder die gehen langsamer. Ja. Wir haben halt zu erzählen. Das ist ja lustig. Ciao. Ciao, geht's dir gut? Grüß dich. Hallo. Also, gehen runter, gehen runter. Wir müssen nicht auf mehr warten. Ich bin ja niemand. Ja. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Übrigens, das Tierrap. Der verschwindet immer. Ja. Mehr in den Blumen. Ja, das macht nichts. Ja, das macht nichts. Im Winter kommt er dann wieder zu forschen. Nein, Corinna hat gesagt, wir müssen jetzt dann wieder einmal. Ja. Nein. Wir haben es gut gehabt. Ja. Wir haben es sehr gut gehabt. Wir haben es gehabt. Das ist doch schön. Ja, und ein super Tag für das. Ich glaube, morgen wäre jetzt nicht so gut. Nein, heute ist... Was ist morgen? Nein, morgen ist nicht gut. Heute ist der schönste Tag der Woche. Ja, heute ist der schönste Tag. Und weisst du, es war angenommen. Jetzt habe ich es wunderbar. Echt schade. Ja. 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 Ja, das haben sie in den Garten hinein getan. Einfach weil du es auf der Strasse warst. Ich weiss ja wieso. Ich weiss ja, wieso. Ich habe es verloren. Ja, ja. Ein Kind. Und vielleicht sind sie so wieder. Ja. 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 Ich mache nur Filme, die zwei Stunden gehen. Oder gar nicht. Das sind wie die bekannten Diaschauer, die alle einschlafen am Schluss. Ja, das ist schlimm. Wir hatten das doch stundenlang. Und alle haben geschlafen. Zum Filmen? Ich weiss ja auch nicht genau. Zum Filmen. Ja. Und zum Weinen. Wir haben einen Sinn. In mich auch. Mh. Am Reis spielt es mit dem Obi. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020